Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part nicht nur den Kleiter, sondern auch den Kopierstab bekommen. Und damit haben wir jetzt auf jeden Fall wieder ordentlich Stuff zum Suchen. Ähm, wir können ordentlich was machen, ja. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit der ersten Sache, die mir zum Kleiter einfällt. Da gehen wir mal zurück nach Hyrule Stadt. Ähm... Denn da haben wir auf jeden Fall einen Ort. Da können wir sogar mehrere Schatzkisten, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin noch am überlegen. Ich glaube, es gibt sogar mehrere Schatzkisten, die wir dort holen können. Mit Enterhaken und Kleiter zusammen. Könnte ich mir glatt vorstellen. Schauen wir mal. Genau. Da gibt es nämlich in diesem einen Vorhof eine Schatzkiste, da muss man mit dem Kleiter sich hochziehen, oder mit dem Enterhaken sich hochziehen, dann mit dem Kleiter fahren und sich im richtigen Moment abstoßen. Und dann kommt man... Ei. Äh, dann kommt man auf so eine Plattform, wo eine Schatzkiste draufsteht. Das Ding können wir uns erstmal holen. Ähm... Des Weiteren gibt es auch in den verlorenen Wäldern noch einige Orte, oder ein Ort, wo man mit dem Kleiter sich was Schönes holen kann. Wo normalerweise ein Herzteil vorhanden ist. Und, ähm... Dann auf den Ebenen von Hyrule, wenn man da so lang reitet, gibt es auch verschiedene Orte, wo man immer mal mit dem Kleiter was machen kann. Und diese Orte werden wir jetzt erstmal aufsuchen. Und, äh, gucken, ob wir da irgendwie was Schönes vollbringen können. So, ähm... Das bedeutet, der Kopierstab muss erstmal weg. Und... Genau. Wir suchen erstmal diesen Ort hier auf. Hier einmal bitte mit dem Enterhaken hoch. Das ist auch so eine... Ganz komische Framearbeit hier. Zack. Dann hier quasi einmal so. Ja, das war nix. Genau. Ihr seht, was ich machen muss. Ganz merkwürdig. So, ein bisschen später. Ja, das war der falsche Knopf. Wow, ich bin Profi. Ach, Mann. Dü, dü, dü. Zack. Alle guten Dinge sind drei. Deswegen machen wir es jetzt. So, perfekt. Sage ich ja. So, rein da geschaut. Und wir bekommen... ein Herzteil. Na gut. Ist auch wichtig. Immerhin streben wir die 100% an. Ob es 100% werden, das ist dann, äh, nebensächlich. Aber wir streben sie an. So, des Weiteren müssen wir quasi hier oben nochmal lang. Da gibt es, glaube ich, auch eine Schatzkiste für. Das hätten wir uns auch schon länger holen können. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Da muss ich auch wieder mich hier hochziehen, oder? Und genau, hier gehen wir jetzt einmal nach oben. Link. So, und da drüben, genau, da gibt es eine Schatzkiste. Das haben wir noch nicht geholt, warum auch immer. Ist mir auch jetzt irgendwie erst wieder in die Gedanken gekommen, dass da noch eine Schatzkiste rumlungert. Aber ist auch irgendwie ein ganz komischer Weg hier. Denn, jetzt muss ich mich wieder verwandeln. Muss als Link da so einen seitlichen Klepp machen. Ist auch gar nicht, muss ich da so, genau, mich fallen lassen und dann muss ich den machen. Ich glaube, das geht aber auch als Wolf, oder? Geht das als Wolf? I don't know. Da muss man auch solche Muskeln haben, um das machen zu können, oder? Das ist ja mehr als krank. So. Einmal wieder zurück verwandeln und dann hier nochmal ein Spagat machen. Genau. Da ploppt die Truhe auf. Ich dachte schon, sie ist gerade weg. Aber nein. Wir haben sie. Let's go. Wahnsinn. Okay. Waren nur Bomben drin. Schade. Gut, herz der Hetmer. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, auch erstmal nichts weiter zu holen. Hier wären wir dann auch komplett durch in dieser Area. Teleport. Wir teleportieren uns mal wieder Richtung verlorene Wälder. Ihr habt auch zu mir gesagt, ich soll unbedingt nochmal bei der Statue vorbeigucken, wo man dieses Springspiel machen kann. Ähm, da wäre wohl ganz kurz mal der A-Knopf aufgeploppt. Und man hätte mit den Statuen vielleicht interagieren können. Wir versuchen es nochmal. Ob da wirklich was ist. Und ich denke ja nicht. Aber wir gucken auf jeden Fall nach. Ich möchte euren Kommentaren natürlich nachgehen. Deswegen, wir schauen jetzt nochmal explizit danach. Und gleichzeitig können wir hier ja auch... Noch die eine Stelle abchecken. Denn da gibt es ja auch nochmal was, was man mit dem... Gleiter... Äh... Erreichen kann, ne? Da gibt es ja, wie gesagt, diese Schatzkiste. Normalerweise gibt es dort... Ein Herzteil zu holen. Und wir hoffen einfach mal, dass es diesmal was anderes dort gibt. So. Rein da. Ja, aber ich glaube halt, wie gesagt, man muss hier erst später was machen. Ähm... Man muss, glaube ich, erst das mit Mo triggern. Und dann kann man später hier nochmal was tun. Aber das ist, wie gesagt, viel später, denke ich. So. Dann versuchen wir hier mal kurz durchzukommen durch die verlorenen Welter. Hier geht es doch schon raus, oder? Ist doch der richtige Ort. Jo. Hier sind wir doch schon richtig. Ja, ich denke halt, wir müssen erst die ersten drei Dungeons richtig abschließen. Bevor wir dann die Möglichkeit haben, in den hinteren... In den späteren Teil des Spiels vorzudringen, quasi. Wo dann die ganzen Story-Sachen getriggert werden. Ist meine Vermutung. So, wir... Wir gehen nochmal kurz hierher. So, ihr meintet, hier... Hat irgendwas getriggert, aber... Nee, ihr triggert doch gar nichts. Sorry. Also, wir haben hier nur Sport... Spurt? Sport. Wir haben hier nur Sport. Ansonsten triggert hier leider nichts. Und ich glaube sogar fast, dass ich das hier ausgestellt habe mit den Statuen. Dass der... Nee, hier ist wirklich nichts. Also... Ich habe... Ich habe es versucht, Leute. Ich glaube, hier ist nichts. So, aber... Wo auf jeden Fall was ist, ähm... Ist hier. War hier unten eigentlich noch irgendwas? Ich will mir nochmal ganz kurz reingucken. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendwo noch welche... Irgendwelche Sachen hatten, wo wir vielleicht die Lampe brauchten. Aber hier ist es nicht so. Okay. Genau. Wir müssen aber mit den Kleidern hier jetzt einmal lang grinden. Und dort können wir uns dann noch eine Schatzkiste organisieren. So, zack. Ähm... Genau, einmal da hochziehen. Und da seht ihr auch schon... Die Kleiderspur. Die Kleiderspur. So, zack. Und dann einfach... Einmal hier lang kurven, ne? Mehr ist es, glaube ich, auch gar nicht. Njong, njong, njong. Oh, der Kleider ist auch schon ein cooles Item. Den mag ich gerne. Hätte aber noch mehr Einsatzmöglichkeiten geben können. So, wie im Original ein Herzteil leider nur. Okay, aber nehmen wir mit. Ähm... Wir teleportieren uns wieder zurück. Und zwar... Ah, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, wo wir mit dem Kleider noch was machen können. Ich glaube, zwei. Und zwar einmal... Einmal, glaube ich, hier irgendwo auf der Linie. Und ich glaube, einmal hier irgendwo auf der Strecke. Und zeitgleich können wir da theoretisch auch schon was mit einer Statue machen. Jo, das könnte man tun. Mh, 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 mh. Denn wir haben ja auch den Kopierstab. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Da gibt es ja auch nochmal was zu holen. Bam, bam, bababam. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. So, hier nämlich, ne? Genau, da können wir uns halt, wie gesagt, einmal die Schatzkiste holen. Und ein Item für die Pyroklüfen der Statue. So, dementsprechend, wir gehen mal ganz kurz auf Kopierstab. Und ziehen hier die Statue runter. So, ihr seht schon, da leuchtet was. Da kriegen wir halt ein Item für. Im Normalfall würde das Buch einfach aktualisiert werden. Aber da wir einen Randomizer spielen, gibt es hier auch einfach ein Random Item. Shit, da muss noch ein Stück. Du, da, da, du. Zack, zack. Let's go. Ein Item, Leute. Mal sehen. Was kriegen wir da? Ah, Mann. Ständig kriege ich blöde Bomben. Das gibt es auch gar nicht. Okay. Aber dann haben wir den ersten Spot schon mal abgeschlossen. Das ist doch nicht schlecht. So, wir nehmen unseren Freund mal mit. Dö, 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 dö. Und der muss, glaube ich, hier so hin. Warte, warte, warte. Mach mich doch nicht fertig hier. Hallo? Fangst du los? Bam. So, wird das was? Das wird schon eher anstrengend werden hier, ne? Äh. So, vielleicht? Ach, die Musik ist toll. Midnas Lamed heißt das ja, oder Lamed. So, was haben wir hier Schönes? Ah, schon wieder Bomben. Mann! Okay, dann haben wir aber den Standort hier auch schon mal abgecheckt. Wir sind hier durch. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier links rum weiter. Und checken mal die eine Gleiter-Position noch ab. Ähm, am geilsten wäre es jetzt noch Epona zu rufen. Aber ich glaube, hier kriegen wir kein... Kein, äh, Blatt zum Rufen. Hm, hm, hm. Kein Kraut. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Dü, 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 dü. Deswegen, wir reisen mal kurz per Rolle. Dü, 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 dü. So, was haben wir denn hier für einen Sound? Ach ja, Höhlen-Sound. Fabelhaft. So, genau. Hier lang müsste es... auch nochmal was mit dem Kleider geben. Ich glaube, als Wolf sind wir schneller, oder? Ähm. Genau, da. Guckt mal. Da haben wir nämlich wieder diese Kleiderspuren. Da kann man nämlich auch einmal was machen. Und ich glaube, gibt es hier nicht sogar eine Geisterseele? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Hi. Genau, da hinten muss ich hochfahren. So, zack. Let's go. Ne, das war falsch. Und nochmal. Miao. So geil. Oder muss ich... Ich muss gar nichts machen, ne? Ja, ich muss gar nichts machen. Doch, jetzt muss ich nichts machen. Höh, scheiße. Mann, fast hätte ich es geschafft. Hi, Kumpel. Was geht? Was geht? So. Weiter geht der Spaß. Das Geile ist, wir kommen halt sehr schnell zurück. Das ist echt schön. Miao. Miao. Das ist halt so geil am Kleider. Ich liebe das. Okay. Also die ersten paar Sprünge müssen wir nichts machen. Und dann müssen wir aufpassen. Jetzt. 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 Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und dann haben wir es geschafft. So, da gibt es hier noch eine Schatzkiste. Mit. Einem Insekt. Ist ja auch fein. So. Frage. Wenn ich jetzt hier Nacht mache. Tagszeit ändern. Kommt da noch ein Geist? Ne. Ich war jetzt irgendwie kurz der Meinung, dass hier irgendwie noch ein Geist wäre. Aber leider nicht. Schade. Okay. Das wäre dann die erste Position. Und weiter hinten. Gibt es da noch irgendwo eine? Äh. Ich würde jetzt aber nochmal kurz hier runterlaufen. Denn da müsste es auch noch was mit einer Statue geben. Denn. Miau. Genau. Da müssten wir dann. Es gibt glaube ich fünf, oder? Fünf Orte für die Schriftzeichen. Oder sechs? Fünf. Ich glaube fünf. So. Hier gibt es auf jeden Fall eins. Und dann drüben auf der anderen Seite von der Brücke. Gibt es da auch noch eins? Oder ist das die andere Brücke? So. Dann machen wir erstmal den hier. Einmal hier runter. Einmal so. Dann holen wir uns hier nochmal den Greifhaken. Fallen lassen. Ne. Noch ein Stück zurück. So. Das sollte passen. Sarg fallen lassen. Und dann. Was kriegen wir denn hier Schönes? Ah. Oh. Ah. Ah. Cool. Zehn Rubine. Danke für nix. Okay. Dann hier einmal so ein bisschen rüberlatschen. Okay. So. Sollte das ausreichen? Sehr schön. Okay. Und. Ah. Ein kalter Wind. Ah. Wow. Okay. Dann hätten wir das auch abgecrast. Frage. Haben wir da oben noch irgendwas? Bevor ich jetzt. Ne. Das ist auch gar nichts mehr. Shit. Das war einfach komplett. Ein kompletter Reinfall hier. Wahnsinn. Okay, aber wir können uns, glaube ich, hier in der Position mal kurz Epona herbeirufen. Da drüben haben wir nämlich dieses Pfeifgras. Hat das einen Namen? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Düdülü. Epona. Hello. Nein. Danke. Okay. Da oben waren wir schon. Da haben wir unsere Schatzkisten schon geholt. Gibt es hier hinten jetzt noch einen Ort? Oder war hier nichts mehr? Ne, hier gibt es auch nichts mehr. Alles klar. Gut, dann können wir umdrehen. Und ich würde das nächste Ziel ausfindig machen. Das wäre halt an der Brücke. Aber da geht der Teleporter schneller. So, teleportieren. Und dann einmal hier hin. Tschö. Kumpel. Genau. An der Brücke selber haben wir jetzt quasi einmal eine Statue. Ich weiß gar nicht, ob das auf beiden Seiten ist. Man muss glaube ich mit der Statue einmal quer über die Brücke latschen, ne? Ist auch so nervig. Genau. Da drüben ist die Statue. Und dann müssen wir mit der Statue einmal über die Brücke latschen. Das ist so komisch, ey. Keine Ahnung, warum man das macht. Aber ja, es wurde gemacht. Bapapam. So, warte. Ich will hier mal kurz den Typen erledigen. Anweseln darf ich nicht. Das ist aber traurig. Aua. So. Okay. Und dann einmal. Kopierstab. So. Den holen wir jetzt erstmal hier. Runter. Dann gibt es hier nochmal ein Random Item. Mal sehen. Aua. 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 Die Musik ist so cool. Wieder noch Geld. Was soll ich denn mit diesem ganzen Geld machen? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. I don't check this. So, jetzt muss ich. Oder kann ich. Mit der Statue halt bis davor latschen. Muss ich sogar. Und dann kann ich da vorne noch ein Item absahnen. Hm. Aber ja, wir müssen erstmal komplett über die Brücke latschen. Du 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 du. Bis jetzt haben wir wenig Erfolg gehabt, ne. Wir haben einen Insekt bekommen. Herzteile. Aber ansonsten. Eher weniger Glück gehabt. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Statue. Ne doch, es sind noch drei. Ja, drei Statuen noch. Einmal im. Fironewald. Einmal nochmal hier auf der Ebene von Hyrule. Oder wie das Ding heißt. Wo die. Also hier im unteren Abschnitt. Mit der Brücke. Und in der Wüste haben wir auch einer. Es sind glaube ich sechs Statuen insgesamt. So, tschüss. Leute, was macht denn ihr da? Geht mir mal nicht auf den Senkel. So. Geht mal weg. So. Und hier müssen wir jetzt halt die Statue reinschippern. Und quasi. Können wir die dann als Sprungbrett benutzen. So. Ja, ein Stückchen muss ich noch, ne. Und zack. So soll das reichen. Hoffe ich. So, dann einmal jumpen. Und dann. Super. Ja. Ein Typ ist irgendwas. Hä? Ein Typ ist irgendwas. Ja. Junge. Ist das anstrengend hier gerade. Warte mal. Jetzt aber. Zack. Ja, jetzt habe ich es nicht geschafft. Oh Gott. Ja, Part ist schon rum. Aber ich wollte sagen, den Schatz holen wir noch schnell. So. Also einmal so. Zack. Wo ist denn was? So. Jetzt haben wir es. Wahnsinn. Hä? Die bringen sich da die ganze Zeit selber um. Was machen die da? Was passiert da drüben? Hä? Okay. Boah. Alter, Falter. Was ist denn mit dir los? Tschüss. So. Und dann. Hier. Unsere Schatzkiste mit. Na, Geisterseele. Okay. Ja. Nehmen wir mit. Haben wir hier noch irgendwas? Was? Okay. Guck mal da drüben. Ist das eine Schatzkiste da drüben? Ne. Ist nur eine Säule, ne? Okay. Dann sollten wir hier, glaube ich, auch fertig sein. Es sei denn, drüben kommt man auch noch irgendwie hin. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Ich denke nicht. Hi. Ich gehe noch mal ganz kurz gucken. Jüngert hier noch einer rum? Da ist noch einer. Tschüss. Okay. Haben wir hier noch mal die Möglichkeit, irgendwie hochzuklettern? Ne. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, da kommt man nicht hoch. Ne. Okay, Leute. Dann war's das für mich erstmal wieder mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Wir haben noch drei Orte mit Statuen zum Abklappern. Und im hinteren Bereich hier, wenn wir weiterlaufen, gibt's nochmal eine Situation, wo wir den Kleider benötigen. Okay, die werden wir im nächsten Part noch abklappern und hoffen mal, dass wir noch irgendwas bekommen, was essentiell für uns ist. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020